Huhu Leute, ich bin Flaschauer. Willkommen zu dem Video, auf das ihr schon alle gewartet habt, nämlich dem Video zur Auslosung der T-Shirts, die ich ja verlosen wollte. Und es wird ein bisschen anders laufen, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Erstmal werde ich mich nicht ganz so viel bewegen, denn mir ist in den letzten Videos aufgefallen, dass meine Dickie Cam, mit denen ich die letzten Videos aufgenommen habe, es nicht so richtig schafft, scharf auf mich zu stellen, während ich mich bewege. Also es ist mir oft aufgefallen, dass die Kamera ein bisschen unscharf wurde, weil ich das Video natürlich blöd anzugucken war. Und darum versuche ich jetzt möglichst gerade zu bleiben, damit die Kamera ja den Fokus auf mich setzt und scharf bleibt. Außerdem werde ich euch ein paar Fragen beantworten und so ein bisschen auf das eingehen, was in den letzten Tagen passiert ist, denn ich habe unglaubliche über 1000 Kommentare auf das Video gekriegt zu den T-Shirt-Verlosungen. Ich habe ja gesagt, um mein T-Shirt zu gewinnen, sollt ihr einen Kommentar schreiben und dem Video einen Daumen hoch geben und es sind über 1000 Kommentare eingegangen. Und das unter einem Video, das ist natürlich mega krass. Und da hat es mich natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit gekostet, die Kommentare alle durchzulesen. Darum kommt das Video auch erst jetzt. Und nicht schon am Montag, wo die Verlosung zu Ende war, denn ich wollte natürlich auch wirklich alle Kommentare lesen. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Ich habe mir alles angeguckt und durchgelesen. Ich habe mich wirklich riesig gefreut. Ich glaube, das Tollste an diesem Gewinnspiel war eigentlich, diese ganzen Kommentare zu lesen. Das hat so viel Bock gemacht. Da waren super liebe und nette Kommentare, Glückwünsche. Es haben sich wieder Leute gemeldet, die schon wirklich damals von den allerersten Anfängen dabei waren. Also ich habe da zum Teil Leute gesehen, die noch unter den allerersten 100 Abonnenten waren. Und das ist natürlich mega cool und krass. Und ja, das hat mir mega Bock gemacht, da diese ganzen Kommentare durchzulesen. Und hat zwar, wie gesagt, etwas gedauert, weil es so viele waren, aber ich wollte auch niemanden überspringen oder sowas. Und ja, darum kommt das Video jetzt. Ich denke, es ist für euch nicht ganz so schlimm. Die Leute, die gewonnen haben, die werde ich jetzt in diesem Video nicht laut vorlesen oder sowas. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd, die live im Video zu nennen. Einerseits ist es natürlich cool und die freuen sich vielleicht. Andererseits will ich aber auch nicht, dass irgendwie Neid oder irgendwie sowas aufkommt und so. Darum, ich habe die Leute, die gewonnen haben, die zehn Leute, die habe ich bereits mir rausgeschrieben. Die habe ich in der Liste stehen. Ich habe auch alles überprüft, ob damit alles in Ordnung ist. Und die werde ich dann jetzt, ja, demnächst, also spätestens morgen werde ich die Leute anschreiben. Und dann wisst ihr, ob ihr ein T-Shirt gewonnen habt oder nicht. So wird es also laufen. Ich werde die also nicht hier vorlesen. Aber ja, es waren ein paar Fragen, die ziemlich oft aufgekommen sind in dem letzten Video, in dem Gewinnspiel-Video. Und darum möchte ich jetzt auch hier kurz dieses Video nutzen, um darauf einzugehen. Das Wichtigste zuerst, mich haben auch total viele angeschrieben, ob es irgendwie noch anders möglich sein wird, an die T-Shirts zu kommen. Und das ist auch gleich eine Sache, mit der hätte ich niemals gerechnet. Also klar, es gibt was umsonst. Es gibt ein paar T-Shirts zum Anziehen. Will man vielleicht haben, also schreibt mir mal einen Kommentar. Aber dass die wirklich so beliebt werden, die T-Shirts hätte ich nicht gedacht. Also das hat mich selbst ein bisschen erstaunt, dass so viele Leute wirklich so heiß auf die T-Shirts waren. nicht nur von wegen, ach ja, komm, wenn man die mal abstauben kann, nehmen wir sie mit. Aber dass manche wirklich, die wirklich krass wollen und mich anschreiben und sogar sagen, sie würden auch Geld dafür bezahlen. Das fand ich natürlich schon krass. Und gerade, weil diese Nachfrage eigentlich unglaublich hoch ist und höher als ich gedacht habe, werde ich mich natürlich darum bemühen, dass vielleicht demnächst oder in naher Zukunft, ich will das nicht zu lange schleifen lassen, in naher Zukunft, ja, es doch, doch vielleicht die Möglichkeit gibt, an weitere T-Shirts zu kommen. Vielleicht an andere T-Shirts, vielleicht über andere Wege. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Auf jeden Fall werde ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen. Dass es nicht nur bei diesen 10 T-Shirts bleibt, die es jetzt hier in dieser Verlosung gab. Also keine Angst, falls ihr jetzt nicht gewonnen habt, es wird definitiv in Zukunft die Möglichkeit geben, an T-Shirts zu kommen. Und wie, weiß ich noch nicht ganz genau, aber wie gesagt, da kommt auf jeden Fall was. Naja, eine andere Sache, die ich sehr, sehr lustig fand, war, dass viele überhaupt nicht die Flasche-LP-T-Shirts haben wollten, sondern das T-Shirt, was ich in der Verlosung an hatte. Dieses T-Shirt, wo diese Delfine vorne drauf haben, wo steht, Delfine sind schwule Haie. Dass das T-Shirt so gut ankommt, hätte ich auch nicht gedacht. Also, das habe ich schon seit Jahren, das ist schon ur, uralt. Da bin ich noch zur Schule gegangen. Und das ist ja schon lange her. Und da hatte ich dieses T-Shirt schon. Und das war damals voll angesagt. Und das kannten auch eigentlich alle. Also, damals bei uns, in meiner Jugend, sage ich jetzt mal, da war dieser Spruch, Delfine sind schwule Haie, total bekannt. Und das kannte eigentlich jeder, zumindest aus meinem Freundeskreis, aber jetzt unabhängig von meinem T-Shirt. Und darum hat es mich auch echt gewundert, dass die meisten Leute, die darauf eingegangen sind, in den Kommentaren, diesen Spruch noch gar nicht kannten und auch das T-Shirt gar nicht kannten. Aber fand ich schon echt lustig, dass viele gesagt haben, ey, schick mir lieber das T-Shirt und sowas. War eine ganz witzige Sache. Ja, und die letzte Sache, die ich noch schnell sagen will, das wurde auch sehr, sehr oft gefragt. Und zwar war die Frage, ob ich im Gefängnis bin. Da müsste ich auch ehrlich gesagt jedes Mal ein bisschen schmunzeln, ob ich meine Displays aus dem Gefängnis oder sowas mache oder ob ich in einer Gefängniszelle wohne. Nein, wohne ich nicht. Ich wohne in einer Studenten-WG. Wir sind eine Vier-Mann-WG und ich bin nun mal ein armer Student. Habe kaum was zu essen, muss irgendwie gucken, wie ich überlebe. Und da kann man sich natürlich keine riesengroße Wohnung leisten. Mein Zimmer hier hat 16 Quadratmeter. Ihr seht jetzt natürlich in diesem Video nicht viel. Vielleicht werde ich mal da, das haben auch einige gefragt, ein Video darüber machen, wie ich so wohne. Vielleicht nehme ich mir da mal die Cam und laufe hier in der Wohnung rum und dann kann ich euch im Prinzip zeigen, wie ich wohne. Es sieht in dem Video schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Da muss ich sagen, sieht es tatsächlich irgendwie so ein bisschen aus wie eine Gefängniszelle, aber ist es nicht. 16 Quadratmeter lässt sich eigentlich gut drin wohnen. Die meisten Studenten hier in Darmstadt wohnen in weniger als 16 Quadratmeter. Also ich habe noch vergleichsweise ein großes Zimmer und auch bei mir hier in der WG das größte Zimmer. Die anderen haben meistens nur 12 Quadratmeter. Ich habe 16. Und dass man da so hinten in der Ecke ein Waschbecken sieht, liegt auch nicht daran. Das war glaube ich der Hauptgrund, warum die meisten dachten, ich wohne in einem Gefängnis. Das hat den Grund, dass man in einer Studenten-WG, gerade wenn man mit vier Leuten zusammen wohnt, die alle morgens gleichzeitig früh raus müssen, um in die Uni zu gehen, dass man da schnell mal sich behindert im Bar hat und Stau aufkommt. Der eine will duschen, der andere will sich die Zähne putzen, dann muss einer auf Toilette und so was alles. Und ja, das ist natürlich alles ein bisschen stressig, gerade wenn alle gleichzeitig raus müssen. Und darum ist es bei uns hier in der WG so, dass jeder Einzelne bei sich ein Waschbecken im Zimmer hat. Da kann man sich zumindest schon mal ein bisschen waschen und schon mal die Zähne putzen und so was. Muss man halt zum Duschen dann halt ins Bad, aber den Großteil kann man dann schon mal selbst im Zimmer machen. Das ist eigentlich ziemlich praktisch. Sieht zwar zugegebenermaßen nicht ganz so schön aus und wenn man es aus so einem komischen Winkel sieht wie ihr, echt irgendwie wie eine Gefängniszelle, aber es ist wirklich einfach praktischer, wenn man mit so vielen Jugendlichen oder Studenten zusammen wohnt, wenn da jeder selber im Prinzip ein Waschbecken bei sich im Zimmer hat. Naja, das auf jeden Fall dazu. Das war es dann eigentlich auch schon mit diesem Video. Wie gesagt, die Gewinner stehen bereits fest und werden jetzt in den nächsten Tagen angeschrieben, dann definitiv, dass sie gewonnen haben. Ihr braucht also keine Kommentare, wenn ihr das alte Video schreiben. Die Verlosung ist durch. Ich hoffe, ich konnte euch den Großteil der Fragen beantworten. Natürlich immer, falls ihr irgendwelche Fragen noch habt an mich, könnt ihr immer gerne mich per privater Nachricht auf YouTube anschreiben. Ist kein Problem. In den Kommentaren, da kann es immer mal sein, dass mir der ein oder andere Kommentar durchrutscht oder sowas. Gerade, wenn ich einmal am Tag in YouTube reingucke und ich sehe, es sind wieder unter 16 Videos Kommentare und dann sind unter jedem Video noch mehrere Kommentare, da den Durchblick zu behalten ist. Natürlich schwer, darum kann ich da meistens nicht auf wirklich alles antworten, aber wenn private Nachrichten kommen, die lese ich mir wirklich alle einzeln durch und da antworte ich auch auf alle. Also, wenn es wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage ist, die ihr unbedingt wissen müsst, dann am besten per privater Nachricht in die Kommentare. Guck ich halt mal so rein und gucke es durch, aber da kann ich halt nicht immer auf alles antworten, da sehe ich auch nicht alles. Na ja, soweit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt, wie gesagt, gespannt sein auf die Zukunft, was da so T-Shirt-technisch noch abgeht. Ja, das war es dann erstmal von mir. Ich werde mir jetzt was zu frühstücken machen, denn es ist gerade halb sechs, nee, es ist um sechs Uhr morgens. Ich muss auch gleich los, das heißt, ich esse jetzt gleich was, werde noch das Video rendern, hochladen, dann seht ihr es heute Nachmittag. Ich verabschiede mich erstmal bis dann. Ciao, Leute. Einen ganz kleinen Nachtrag habe ich doch noch, dann ist noch eine wichtige Frage eingefallen, die auch aufkam in den Kommentaren und zwar wurde ich gefragt, was da jetzt der Knubbel hier ist und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was dieser Knubbel ist. Es tut nicht weh, man kann drücken und was weiß ich damit machen, auf jeden Fall, weiß ich es auch nicht, aber es ist nichts Schlimmes. Ich war mal beim Arzt, nicht deswegen, aber ich habe dann einfach dabei auch mal gefragt, was das hier ist und er meinte, solange es nicht weh tut, ist es nichts Schlimmes, dann muss man das auch nicht wegmachen und da das nicht weh tut, habe ich seitdem, schon seit Jahren, schon seit ich zur Schule gegangen bin, habe ich hier als Haustier sozusagen einen kleinen Knubbel. Namen hat er noch nicht, ihr könnt ja in den Kommentaren mal was vorschlagen, aber ja, mal sehen, was daraus wird in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall ist es nicht größer geworden, nicht kleiner geworden, ist es im Prinzip so, wie es schon immer war und ja, vielleicht Nennis Horst, ich weiß es noch nicht. Naja, ich bin mal gespannt, was ihr so schreibt. Tschau Leute!